Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für mariniertes Limettenforellenfilet mit Tomaten auf mariniertem Gurkengemüse. Aus einheimischen Gewässern, kein Salzwasserfisch aus ohnehin überfischten Meeren, schmeckt das marinierte Limettenforellenfilet mit Tomaten auf mariniertem Gurkengemüse besonders lecker, wenn die Gurken für einige Zeit mariniert werden. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Kalt gegartes Forellenfilet Zwei frische Forellen, Limettensaft von drei bis vier Bio-Limetten, ein Esslöffel Himbeeressig, vier Esslöffel Walnussöl, grobes Salz. Mariniertes Gurkengemüse Portion mariniertes Gurkengemüse Garnitur 200 Gramm Cocktailtomaten Einige schöne Blätter Friese Mittelgroße rote Zwiebel Ein Esslöffel Himbeeressig Zwei Esslöffel Walnussöl Frische, rote Chilischote Weitere Zutaten Salz Frisch gemahlener Pfeffer Folgende Utensilien werden benötigt. Fischmesser Fischpinzette oder Fischzange Küchenmesser Schneidebrett Zitruspresse Auflaufform Mixbecher Zauberstab Sparschäler Salatschleuder Salatbesteck Zwei Schüsseln Frischhaltefolie Küchenpapier Zubereitung Geräucherte Forellenfilets Die Forellen im Waschbecken unter fließendem, kalten Wasser abschuppen. Dann den Fisch ausnehmen. Die Forellen nochmals ganz kurz, ohne den Fisch zu lange zu wassern, unter fließendem, kalten Wasser abspülen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Zum Schluss den Fisch mit einem sehr scharfen Filetiermesser filetieren. Die Gräten sorgfältig mit einer Fischpinzette oder Fischzange ziehen. Das Fischfilet nochmals unter fließendem, kalten Wasser waschen und gut trocken tupfen. Die Limetten auf der Arbeitsplatte wälzen, so brechen die Poren auf und es lässt sich mehr Saft gewinnen und auspressen. Dann aus etwa 200 Milliliter Limettensaft, dem Walnusshüll sowie dem Himbeeressig in einem Mixbecher mit dem Zauberstab zu einer Emulsion verquirlen und mit Pfeffer abschmecken. Die Forellenfilets in die Auflaufform legen und mit grobem Meersalz bestreuen. Dann mit der Limettenmarinade übergießen, mit Frischhaltefolie abdecken und im Kühlschrank für mindestens eine Stunde kalt garen lassen. Beilagen, Garnitur Während der Fisch mariniert, das marinierte Gurkengemüse L.T. Rezept zubereiten. Für die Garnitur die Zwiebel schälen und in dünne Scheiben schneiden. Dann in eine Schüssel geben und mit dem mit dem Walnusshüll sowie Himbeeressig vermengen. Zum Schluss noch mit etwas Salz, Pfeffer und frisch gemahlenem Koriander würzen und marinieren lassen. In der Zwischenzeit die Tomaten waschen, gut trocken tupfen und in etwa 5 Millimetern dicke Scheiben schneiden. Den Chili waschen, halbieren, das Kerngehäuse sowie den Stielansatz entfernen und in feine Streifen schneiden. Die Salatblätter in einzelne Blätter teilen, gut unter kaltem Wasser waschen und trocken schleudern. Fertigstellung Ist der Fisch fertig mariniert, das Gurkengemüse formschön auf 4 Teller verteilen. Je ein Fischfilet darauf drapieren. Das Gericht mit den Tomatenscheiben sowie dem Friesesalat garnieren. Zum Schluss mit einigen Chili-Fäden bestreuen und sofort servieren. Alternative Beilage ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020